Wladimir Putin könnte laut dem Chef der polnischen Gegenspionage eine Mini-Invasion eines NATO-Landes planen, um die Entschlossenheit des Westens zu testen. Jaroslav Strohzyk, Leiter des polnischen Gegenspionagedienstes, behauptet, dass der Kreml erwägt, Teile von Estland und Schweden im Rahmen eines umfassenderen Plans zur Übernahme der baltischen Staaten zu annektieren, falls die Ukraine fällt. Putin bereitet sich bereits auf eine Mini-Operation gegen eines der baltischen Länder vor, beispielsweise um in das berühmte Narva-Estnische Gemeinde einzudringen oder auf einer der schwedischen Inseln zu landen, sagte er der polnischen Zeitung Zinikazeta Pravna. Trotz seiner imperialistischen Ambitionen wird er derzeit durch die fortgesetzte Unterstützung des Westens für die Ukraine zurückgehalten, die stärker ist als erwartet. Er fügte hinzu, was der Westen gemeinsam tut, um die Ukraine zu unterstützen, zeigt ihm, dass im Falle eines Angriffs auf die NATO die westliche Antwort noch stärker wäre. In den letzten Wochen haben mehrere europäische Länder vor der zunehmenden Aggression Putins gewarnt, während die NATO-Mitglieder begonnen haben, sich auf die nächste Phase des Konflikts vorzubereiten. Polen hat bereits erklärt, dass es bereit ist, nukleare Waffen an seinen Grenzen zu akzeptieren, während Russland plant, einen Teil seines nuklearen Arsenels in seinen benachbarten belarussischen Staat zu verlagern und Kaliningrad zu verstärken, eine russische Exklave zwischen Litauen und Polen.